Man nehme das Genre des Battle Royale, entferne die Waffen, lasse sich stattdessen von Fernsehshows wie Takeshi's Castle und Wyboard inspirieren und kombiniere das Ganze mit dem Niedlichkeitsfaktor der Minions. Fertig ist das simple, aber geniale Konzept von Fall Guys Ultimate Knockout. Schon als wir uns auf der E3 2019 das Spiel erstmals anschauen durften, attestierten wir der charmanten Umsetzung einer einzigartigen Spielidee Potenzial zum großen Mehrspielerspaß. Jetzt ist das Spiel endlich gestartet und lockte gleich am ersten Tag über eine Million Spieler an. Das setzte zwar zunächst den Servern gewaltig zu, aber die Entwickler hatten diese Startschwierigkeiten vergleichsweise schnell wieder im Griff. Ähnlich wie in den bereits angesprochenen Spieleshows wie Takeshi's Castle treten in Fall Guys bis zu 60 Spieler in mehreren Etappen verrückter Parcours und Teamspiele gegeneinander an. Das sind zwar etwas weniger als die ursprünglich angepeilten 100-Spieler-Property, dem Spielspaß schadet das aber in keinem Fall. Auch 60 Teilnehmer sind noch mehr als genug, um sich bei der Bewältigung verschiedenster Hindernisse gegenseitig im Weg zu stehen. Und Gelegenheit dafür gibt es zuhauf. Ob wir nun über eine wahnwitzige Anordnung von Wippen balancieren, uns über drehende Scheiben jonglieren oder versuchen, falsche von echten Türen zu unterscheiden – die anderen Mitspieler sind meist das, was diese schwierigen Aufgaben zum spaßigen Chaos werden lässt. In einigen Etappen sind wir aber auch auf Mitspieler angewiesen. Es gibt nämlich auch Team-Events, bei denen die verbliebenen Spieler in zwei bis vier Mannschaften aufgeteilt werden, die dann versuchen müssen, gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Dazu gehören Spiele wie das Sammeln von Eiern in der eigenen Spielhälfte, das Schieben einer großen Kugel entlang eines Hindernis-Parcours oder das Meistern einer Art Fußballspiel. Mit jeder Runde scheiden mehr Spieler aus. In der vierten oder fünften Etappe kommt es dann in der Regel zum Finale, wo der letzte verbliebene Spieler schließlich zum Sieger gekürt wird. Der Kampf gegen die verschiedenen Hindernisse und Mitspieler macht dabei unheimlich viel Spaß. Vor allem, weil Chaos, Glück und Können dabei so eng beieinander liegen. Klar kann auch mal Frust aufkommen, wenn man zum Beispiel durch großes Gerangel mit anderen Spielern eine Etappe nicht schafft oder sich die eigenen Teammitglieder in Mannschaftsevents ziemlich dämlich anstellen. Häufig ist dieses Gefühl aber schnell wieder verflogen, weil Fall Guys in seiner Art einfach nur Freude macht. Einen großen Anteil am konstant anhaltenden Spielspaß haben auch die Spielfiguren. Dabei handelt es sich im Grunde um einen bunten Blob mit Armen und Beinen, der ein wenig an die Minions erinnert. Von den Entwicklern werden diese putzigen Kreaturen schlicht Fall Guys genannt. In ihrer ganzen Art, mit Slapstick-Animationen, niedlichen Geräuschen und lustigen Kostümen sind die Spielfiguren darauf ausgelegt für Lacher zu sorgen. So haben wir teilweise den meisten Spaß, nachdem wir bereits die Ziellinie überquert haben und dann den übrig gebliebenen Fall Guys bei ihren unbeholfenen und unfreiwillig komischen Bewegungen zuschauen. Das Missgeschick der anderen Spieler wird dabei zum großen Unterhaltungsfaktor. Besonders dann, wenn man sich mit bis zu vier Freunden in einer Gruppe zusammengetan hat und man sich über das gegenseitige Scheitern lustig machen kann. Leider gibt es keinen Splitscreen-Modus, denn als Partyspiel auf der Couch wäre Fall Guys geradezu prädestiniert. Damit nicht alle Spielfiguren gleich aussehen, verfügt das Spiel über einige Anpassungsmöglichkeiten. Farbe, Muster und Gesicht unseres Fall Guys lassen sich verändern. Zudem können wir an Ober- und Unterkörper verschiedene Kostümteile anziehen. Die kosmetischen Optionen werden zum einen über den Aufstieg in einem saisonalen Fortschrittssystem verdient und zum anderen in einem In-Game-Shop erworben. Für Letzteres werden die zwei Währungen Kudos und Kronen benötigt. Kudos gibt es nach jedem Spiel, abhängig davon, wie weit wir gekommen sind. Kronen verdienen wir uns vor allem durch Siege, aber auch über die Saison. Kudos lassen sich zudem für Echtgeld erwerben. Wir hatten jedoch das Gefühl, dass die Ausschüttung der Währung durch Gameplay sehr ordentlich dosiert ist und man sich mit regelmäßigen Spielen auch sehr viel ohne den Einsatz harter Euros leisten kann. Die erste Saison von Fall Guys läuft für die kommenden zwei Monate. Danach wird es spannend, wie die Entwickler die Spieler weiterhin bei der Stange halten wollen. Eine Wagenladung neuer Kostüme allein wird dafür vermutlich nicht reichen. Die Zahl der unterschiedlichen Etappen hat sich nämlich auch recht schnell erschöpft. Häufig die gleichen Stages zu wiederholen, kratzt zwar nicht wirklich an der Motivation. Dafür sind die Situationen aufgrund der vielen unberechenbaren Spieler immer wieder andere. Aber auf längere Sicht sollte auch bei den Spielrunden für frischen Wind und mehr Abwechslung gesorgt werden. Denn genau wie die Idee des Spiels auf einen Bierdeckel passt, ist auch der Umfang überschaubar, was jedoch mit dem unglaublichen Spielspaß kaschiert wird. Wenn es den Entwicklern aber gelingt, auf dieser Basis aufzubauen, kann sich Fall Guys auch langfristig als spaßige Multiplayer-Alternative etablieren, die sogar mehr Spieler-Muffe zu der einen oder anderen witzigen Partie zwischendurch begeistern kann. Habt ihr euch auch schon in die bunte Welt von Fall Guys gestürzt? Welche neuen Stages könntet ihr euch noch vorstellen? Schreibt es uns in den Kommentaren und lasst uns auch gerne ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut doch mal auf pcgames.de vorbei, wo ihr viele weitere interessante Artikel, News und Tests rund ums Thema Videospiele findet.